Hallo und Herzlich Willkommen zurück Trilville Trilville wie man sieht Der zweite Park wird jetzt in Entschuldigung Die ersten haben wir die Krabur Die Meistern Die wird auch noch nicht geladen Und Die Krabur Die Krabur Ich habe keine Ahnung was ich wissen Ich habe keine Ahnung was ich wissen Ja was ist das jetzt Ja jetzt kommt Otherworld Oder The Giant Aber wir machen uns nach der Reihe Otherworld Und Los geht es würde ich mal sagen Was ich fragen wollte Wie haben euch die anderen Videos gefallen Kommentiert es Und Ja Vielleicht werden sie von den großen Weltraum Und Unterwasserthemenwelten angezogen Wie dem auch sei Finde heraus was sie tun Und halte sie auf Alles klar Gut Wie gesagt Schreibt es mal in die Kommentare Und dann Ach du Scheiße Willkommen in Usagiville Ich bin Mortimer Und hier bei mir ist unser allgegenwärtiger DJ Wow Schau dir das an Mortimer Ein riesiger sich verwandelnder Mekka Usagi Wahnsinn Dieses Land erweckt unsere Spiele Ja und wie immer lauf ich jetzt erstmal an den Seiten ab damit ich hier alles bekomme Und nicht nur an den Seiten sondern auch manchmal ist Ja Und deswegen Und deswegen Lauf ich das erstmal ab dann habe ich das nämlich Und dann Und Nehmen wir uns wieder die Missionen ran Diese werden bestimmt Sehr sehr schön Und wir sind Level 4 Wie man es da oben sieht Reichs Erbauer Ja Wir haben unser Reich erbaut Alles klar Ja Gut Dann Machen wir einfach mal weiter Ja Das ist noch was Aber Geld Da war was Schnell dran vorbeigelaufen Da ist noch was Was soll da Ein neuer Land Pro Aber du baust fantastische Vergnügungsparks Danke Gehen wir die So Achterbahn fahren Dann erzähl ich dir Wie ich zu einem Kauks geworden bin Du willst mir deine Lebensgeschichte erzählen? Nein Ich war mal kurz ein Vogel Äh ein Kauks Ist eine lange Geschichte So Neun von zehn auf einer Einzelnen gestanden Naja Linzi ist noch Tits Zwei von sechs Und immer wenn wir irgendwas einsammeln Dann bekamen wir zehn EP Das ist auch ziemlich nett Ja Und dann Oh Was haben wir denn hier Oh Was haben wir denn hier Eine Achterbahn Das ist also Ein Vergnügungspark Der Zukunft Genau Aber warum sich die Roboter Das verstehe ich nicht Das ist bestimmt mal wieder Das Werk von Wie heißt der Ich weiß nicht wie er heißt Auf jeden Fall von dem Von dem einen der uns da alles Ich glaube wir haben wir irgendwo Irgend da einfach mal so in der Wind Wow Das war jetzt zu schnell Da haben wir noch was Von her sieht es aus Das sieht nicht so aus Sieht nicht so aus So dann noch einmal So jetzt sind wir wieder hier Gut Alles klar dann fangen wir mal mit den Missionen an Managen Teenie Träume Die Hietikerin HG Grupp Will für die Jugend Illo Einen Artikel über die Roboseuche Will schreiben Und das ist nicht gut Wenn du die Anzahl der Teenager Im Park hörst Schreibt sie stattdessen Vielleicht einen guten Artikel Okay Gäste pro Monat auf der Achterbahn 100 Wir haben 79 Alles klar Die 2 Dann Müssen wir eine Kampagne machen Parkverwässerung Marketing Gini Starten Ja So dann Moment Bauen Geschnappt Bauen Eine Minigolf Bahn mit Fähigkeitswert 50 60 70 So dann Eine Minigolf Da haben wir Minigolf Bauen wir einmal Minigolf Bauen wir einmal Minigolf Nein So eigenes Modell bauen Ja Ja Hier gibt es dann eigentlich Google Das ist auch Das machen wir hier Moment das gibt auch noch Ah so war das So 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 Einmal wow Tut mir leid Ich musste gerade einmal niesen Was nehmen wir jetzt Nehmen wir einfach das Wie viel haben wir denn 1 2 3 4 5 Das ist die sechste Nehmen wir Das Und Das Und Das Und dann So Ist das jetzt Numero 7 Haben wir Haben wir Aber noch etwas nettes Ja 7 Haben wir So Dann Dann Wir So Und jetzt kommt Numero 8 Äh 9 Müsste das sein So Platz beenden Platz fertig stellen Only 1 Missionsbelohnung Ja Geht doch Ja 30 Roboter verlassen Im Park Super 30 Roboter weniger Haben wir noch 706 Oh Tilly Träume haben wir bekommen Ja Ja Bitte Hallo Was will die von mir Dann Neu Neu Das ist ja Neu Neu was ja Genau Global Joy war es Oh naano Äh so dann machen wir es doch sofort. Einmal gegen den. Einmal auf dem Minigolf-Platz gewinnen. Spiel starten. Oh, Holy Mon hat er gemacht. Mal gucken. Gehen wir auch hin. Kein Problem. Vier Schläge hat er gebraucht. Können wir es gut hinkriegen? Ah, passt. Aber zwei Schläge. Ja. Und da sind wir schon vorhin. Zwei. Ah, da muss man eigentlich... Ah, das war zu stark. Oder auch noch zu schwach. Alles klar. Zwei. Oh, und zwei. Oh, holen. Oh, holen. Wollen. Was geht mit dem? Oh, fast. Wenn du hast fast aufgeschafft. Naja. Drei. Wenn sie gut sind, dann... Bisschen stärker. Das wäre ein Problem. Naja. Man kann nicht alles haben, ne? Der kommt aber ganz schön ran. Trotz der 4 und der 3 da. Ah, verdammt. Nein. Ich verliere jetzt nicht mehr. Ich bin schon wieder zurück. Was soll das denn? Ah, super. Bleib still. Oh, Mann. Was mache ich denn hier vor einer kacke? Jetzt ist er bisschen vor mir. Oder hoffentlich hat er sechs Punkte in der Völkopf. Ah, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. und nein, dann bitte, geht doch Das war zu stark. Verdammt. Scheiße. Oh, der ZZ müsste es sein. All in one. Nein, hüpft der drüber. Das ist doch zum Kotzen. Egal. Und dann gehen wir auch an Jump One. Vielen Dank. Ja, erste Mission geschafft. Ich bin doch der Mini-Golfmeister. Tja, das warst du wohl. Ja. Ach, tja. Das war mit 370. Kühl ist nass. Das war eine Bootsachterbahn mit Länge von 426,72 km. Was haben wir hier? Aufwäsche. Funkelflug. Gewettete Freehoise. Ja, Mission starten. Machen wir das doch mal. Alles klar. Was ist das? Ach, das habe ich nie gespielt. Schießen, springen, bewegen. Au. Und das sind wohl diese, die ich retten muss. Oh, stimmt. Da kommt dann noch so ein idiotischer Fiesnpisser an. Stirb. Stirb. Ah. Also 30 Stück. Ach. Ach. So, alter. Ach. Ja, asozial, noch schlimmer geht es nicht? Ja, super. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass ich das halt schaffen will. Ja toll, ein Leben noch ist, das würde ich sterben. Ja super, das war's. Halleluja, also 1, 2, haben wir's euch gesehen? Ne, 2 Stück hab ich jetzt, dann zähl ich jetzt nicht. 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Zechstück haben wir dann jetzt, ne? 7, 8, 9, 10. Dann haben wir schon mal 1 Drittel, 10 Stück. So, jetzt wird er aufgerissen. So, jetzt wird er aufgerissen. Oh, das war einfach, ich muss ja noch hoch. Toll. 1. 18 Prozent langer Blitziner, passтом. Oh, nein. Alle trotz. 2 leben, umweisch zu fliegen. aufpassen aufpassen und zurück 18 haben wir jetzt da ist noch knapp 22 22 boah noch 8 stück kam den schaffen wir uiuiuiuiui nein 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 das geht das 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 es wirklich es was blab blab Ich glaube noch zwei Stücke oder so fehlen. Ja, eins, zwei, ja genau. Ja, ich habe einen Einzelnen. Und dann muss es ein Wettbewerb geben. Ja, ich habe einen Wettbewerb für den Schrapp. Ich habe eine Wettbewerb bekommen. Ah, hey. Gut. Mal gucken. Unglaublich. Ich habe noch nie jemanden so viele Fios retten gesehen. Ja. Fios zu retten macht echt Spaß. Und du hast auch noch den Rekord gebrochen. Herzlichen Glückwunsch. Juhu. Und das haben wir jetzt auch geschafft. Alles klar. Gut. Alles klar. Ich muss jetzt speichern und dann muss ich gerade. Ich bin sofort wieder da. Dann nehme ich auf. Aber ich habe gerade auf mein Handy geguckt. Da ist mir was dazwischen gekommen. Ich werde danach sofort wieder aufnehmen. Danach werden wir uns sofort wieder wiedersehen. Hört sich auch lustig an. Wieder wiedersehen. Also. So. Alles klar Leute. Bis dann. Hote rein. Hote rein. Hote rein. Mortimer wäscht gerade seine Socken. Selbst Notiz. Socken für Mortimer kaufen. Mortimer hat mir gesagt, dir zu sagen, dass du sehr gute Arbeit machst. Ich werde auch neue Waschmaschine kaufen. Gut. Dann. Alles klar Leute. Bis gleich. Und dann. Hote rein. Hote rein. Hote rein. Nein will ich nicht. Auf Wiedersehen. Bis bald.